Wenn ich eine Leiche zu Gesicht bekomme, dann besteht der Verdacht, dass etwas faul ist. Er kriegt sie alle. Voll treffer. Quincy. Immer samstags ab 11.50 Uhr bei Sat.1 Gold. Kremi-Fieber bei Sat.1 Gold. Der kann man. Was gibt's schon wieder? Ein Bruder. Jetzt in Doppelfarm. Mehr auch. Der Bulle von Tölz. Morgen um 22 Uhr bei Sat.1 Gold. Unsere Sat.1 Originale am Donnerstag. Das Ja-Wort ist in Deutschlands größtem Liebesexperiment. Meistern neue Freundschaften und versöhnen ersten Blick. Das Jubiläum. Auch bei Sat.1 Gold. Heute um 20.15 Uhr. SOS für die Liebe. Ich bin gekommen, um dich zu verabschieden. Wenn die Wellen des Lebens zusammen auf die Brücke gehen. Kuschelkurs voraus. Fernsehgeschichte Love Boat. Gleich bei Sat.1 Gold. Wir helfen Leben retten. Und wir gehen. Immer montags bis freitags um 14.25 Uhr bei Sat.1 Gold. Bei unserem Nervenkitzel am Sonntag dreht sich alles um eine Frage. Ich hab für Sie vor Gericht gelogen. Ein fatales Vertrauen. Und danach die von Oscar-Preisträger Robert Redford produzierte Doku-Reihe Verurteilt. Todesstrafe. Immer sonntags ab 20.15 Uhr bei Sat.1 Gold. Das aufregendste Hotel der Welt mit dem besten Manager. Und vertrau mir doch einfach. Ich hab für Sie. Hotel. Die Kult-Serie aus den 80ern. Gleich bei Sat.1 Gold. Ein besonders schlagfertiges Duo. Amerikaner wissen nie, wie man die Hand gibt. Die zwei. Immer samstags um 17.05 Uhr bei Sat.1 Gold. Unsere Serien-Schätze am Dienstag. Felix, was machen Sie heute Abend? Na, ich hab es jetzt. Sie sind süß. Sie machen es. Edel und stark. Immer dienstags um 21.55 Uhr bei Sat.1 Gold. Der beste Detektiv für die kniffligsten Fälle. Ach, noch eine Frage. Sowas beschäftigt mich. Columbo. Immer samstags um 18.50 Uhr bei Sat.1 Gold. Aufstehen, Trepper. Marsch, Marsch. Trepper John ist cool. Ist auch nicht schlecht. Sie geben alles für das Wohl. Im San Francisco Memorial Hospital sind Sie in den besten Händen. Trepper John M.D. Gleich bei Sat.1 Gold. Wir helfen Leben rennen. Chicago Home. Gleich bei Sat.1 Gold. Wie heißt denn eigentlich unser Pferd? Teufelsjunge. Ein Engel auf Erden. Gleich bei Sat.1 Gold.